Hallöchen, willkommen bei einer neuen Folge, let's play, mit dem Ad. Das Intro ist immer noch ultra, äh, ich weiß nicht, widerlich, auf eine Weise. Wir machen weiter. Ein Tag nach dem Film, äh, ein Tag nach vollem Release. Wir haben was zu tun. Wir sind ein paar Sachen eingefallen. Zum einen, wir haben Schildkrötenpanzer, das heißt, wir können uns Frischwasser besorgen. Sollte es mal regnen. Ähm, außerdem wollten wir uns nach diesem orangenen Symbol auf der Map umschauen. Ich hab keine Ahnung, was das ist, das ist ganz was Neues. Gesundheit und dein Nahkampf und Baumschaden werden leicht steigen. Ja, das kenn ich. Damit ist unser Stärkeler, wie gemeint. 18 Uhr. Gute Nacht. Sehr schön. Was? Was macht der Heli hier? Ich hab im ersten Moment nur gedacht, was ist das denn für ein Geräusch? Und wer hat mal wieder Besuch über Nacht? Was macht denn der Heli hier? Ich kann das nur essen. Das wird nicht gut. Na gut. Ich glaub, die Dörfer unserer Freunde werden uns allgemein angezeigt. Kannst du uns ein paar Bäume besorgen, Kevin? Wir gucken mal wegen der ersten Höhle. Da lassen wir uns doch ein bisschen Zeit. Der ist so eklig, ne? Was ist das für einer? Da ist die Füße dran. Das ist nicht die beste Idee. Das ist nicht die beste Idee. Das ist nicht die beste Idee. Ich bin aus der Übung. Ich bin komplett aus der Übung. Nein! Ich bin komplett aus der Übung. Ich bin kein spiel. Ich bin komplett aus der Übung. Ich bin komplett aus dem Weg. Da liegt ein Speer im Ding. Tücher! Okay. Das Gute ist, dass der Rucksack jetzt in der Nähe liegt. Ich hole meinen Rucksack. Es ist das Dorf. Okay. Problem ist, ich bin gerade nicht fit. Ich brauche Wasser. Ich gehe den gleichen Besuch abstatten. Aber erst muss ich was trinken. Die Typen sind immer da. Du Mistkerl. In den Rücken. Was ist das bei meinem Pfeil wiedergegen? Ist das Wasser fertig? Oh, danke. Das fängt gut an, Leute. Wo ist Calvin hin? Er ist mir gefolgt. Ja, natürlich. Was ist das bei meinem Pfeil weg? Ich bin ein Mistkerl. Okay. Was ist das bei mir? Bleibst du heute da liegen? Du kannst von mir aus verrotten. Okay. Pfeile. Wie viel haben wir? Zwei von sechs. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo wir Tücher herkriegen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das... ...ausnutze. ...ausnutze, so weit es geht. ...ausnutze. ... ...ausnutze. 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 Wir können ja mal... ...gucken. Wow. ...packen wir dich auf die... ...hach? Aber wir speichern vorher. Und dann... ...ausdruck... ...ausnutze. ...aah. ... Snap her. Zurück von있. Es tut mir auch leid, wenn sie sich festbacken, dann... Ja. Da kommt ein Waschbär auf uns zu. Das weiß sogar. Ich hab das Gefühl, die Typen essen unser Zeug weg. Ah, das Dorf war oben, ne? Ich will die Tüche haben. Eins, zwei, drei, vier. Ich liebe es, wie er den Wodka einfach drüber schmeißt, richtig. Gehen wir gleich mit Feuer? Nein. Andererseits bei dem. So, einer weniger. Hat's die anderen auch erwischt? Ich nehme diese explosiven Pfeile. Auch wenn einer daneben ging. Oh. Hat's die anderen auch erwischt? Ich seh's nicht. Na. Komm. Ich hab mich vor allem selbst in die Luft gesprengt. Ach, du heilige. Oh. Wobei. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss echt wieder üben. Ups. Kevin. Kevin. Hey. 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 Ich könnte so froh sein, dass die Steinpfeile nicht so teuer sind. Aber ich bin so aus der Übung, das ist unfassbar. Ja, der eine Schuss, das war ja der komplette Reihenfall. Tuch. Was treiben die hier? Oh, so wie früher, ne? Da ist er. Ah. Wer schreit denn da? Ich hab nichts gemacht. Oh nein. Ich hab nichts gemacht. Wir haben angefahren. Virginia! Es käme mir sehr gelegen, wenn du langsam unsere Freunde werden würdest. Ich hab da was für dich. Das ist leider sehr ungünstig gebaut hier. Ich brauch die Aloe. Die hier oben irgendwo... ...gewachsen... ...hat... ...wächst... Ach. Wollte ich jetzt eigentlich einsammeln. Ähm... Da. Perfekt. Ist das eigentlich nur die eine? Ist das eigentlich nur die eine? Ich könnte so ein bisschen mehr gebrauchen. Ich schlage mich aktuell nicht... ...besonders gut. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, sehr gut. Mach ich mir gleich mal einen Vorrat von Medizin. Und? ... Wo ich den Stecken schon mal in der Hand hab. Wo ich den Stecken schon mal in der Hand hab. Das ist einfach mal... ...bei Schnauze, ne? Und ich denke ihr wisst, was ich hier mache. Ich find's gut, dass dieser Modus vom Zaun... ... ...ja, kaum rede ich davon. Keine Stücke mehr. Oh, Virginia! Bist du langsam? ... Bist du uns langsam zugetan? Warte schon. Sie tanzt mit dem... ...Alo im Arm. Ja, schön. Sehr schön. Hm, niam, 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 niam. Niam, 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 niam. Hab ich das jetzt mehrfach? Ja. Und ja, ich weiß, es gibt noch ein Halfnix Plus. Aber ich glaub, dafür fehlt uns das dritte Zubehör bedingst du mal. Na... ...ich brauch Tücher. Keine Munition! Danke! Very nice! Sehr gut! Gut. Oh, Tücher ist aber hier. Okay. Session. Nur kurz. Was los, Leute? Wir fangen unsere Verteidigungsmauer an. Allerdings erst die Spitzige. Und später dann die andere. Zehn Stück. Mit dem in der Hand können wir elf haben. Du solltest dich waschen, Calvin. Blut... ...fördert Infektionen. Weißt du das nicht? Hast du das erste Spiel nicht gespielt? Kleidung nehmen. Das ist jetzt ein extra... ...Command. Ich hab aber noch nix für dich. Und eigentlich wollten wir ja gucken... ...Mach mal in der nächsten Folge. Versprochen. Mir kam was dazwischen. Hier kam jetzt was dazwischen. ... Der Typ hat echt Aggressionsprobleme, ne? Die Anzeige in dem Körbchen finde ich ein bisschen gegrünungsbedürftig. Wenn ich ehrlich bin. Einmal. Es wird nicht viel bringen, wenn das auf der Hügelkette ist. Aber... Wenn es nichts bringt, können wir es dann doch abmachen. Das ist ja kein Problem. Vielleicht bleiben sie trotzdem hängen. Und wenn nicht, dann... Es sind schon wieder drei Leute... Okay, der Speerwerfer... Das ist der Einzige, vor dem ich wirklich Respekt hab. Das ist der Einzige, vor dem ich wirklich Respekt hab. Ja komm halt her... ...bevor ich im Wasser absauche. ... ... Kevin? Warum müssen die sich immer dann bewegen, wenn ich gerade loslasse? Hey! Wir brauchen auf jeden Fall einen Speerständer. Wo ist der andere hin? Das ist auf jeden Fall ein Spot, wo wir viel Besuch bekommen. Äh, Affen. Steinknochen. Stamm. Stopp. Stein. Ne. Speerständer. Da werden wir noch einige bekommen. Was sind 30 rein? Ja, ich bin vorbei. Der Typ hat ja noch ein paar. Theoretisch. Danke. Einbehalten. Wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich eher auf dieser Höhe. Wahrscheinlich eher auf dieser Höhe. Das ist ein Speerabding. Das nervt. Was ist das Ganze errüsten und wieder abrüsten. Ihr wisst, was ich meine. frisches. Aber ist es nicht eigentlich so, dass zu viel abgekochtes Wasser auch nicht gut ist? Ja, Kevin. So funktioniert das nicht, Junge. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass es so eine ähnliche Funktion gibt wie bei den Stämmen. so eine ähnliche Funktion gibt wie bei den Städten. Aber scheinbar... die Folge müssen wir dann eh gleich beenden. Oh, die Folge müssen wir dann eh gleich beenden. Wo habe ich denn in den Geschoss? Eigentlich sind wir schon längst drüber, ne? Das geht einfach nicht. Schade. Na gut. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gern beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir im Stream. Ich bin am Wochenende live. Link dazu in der Beschreibung. Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg. Verspruch. Bis dahin. Bye-bye. filee. Subtiteln von